Hallo, herzlich willkommen bei Simone Stempel. Heute möchte ich euch zu unserem 8. Technik Blockhop eine Karte vorstellen und zwar dieses hübsche Modell und das hat einen ganz besonderen Effekt und zwar nennt sich das Tröbel Quadrat Faltkarte und die hat eine Kollegin gemacht und sie heißt Gabi Cartoon, vielleicht spricht mir das noch etwas anders aus, aber auf dem Block habe ich noch mal ihren Namen. Genau und da haben sie auch Magnet dazu genommen. Ich habe allerdings ein paar Sachen abgeändert und hier drin habe ich die Grüße drin und auch da unten. Ich habe Papier genommen und ich habe jetzt Folie dafür verwendet. Ich habe es noch nicht so lange drauf, deswegen werde ich das nochmal wieder drauf machen, damit es leichter auseinander geht. Und dazu nehmen wir natürlich den Tropenslayer mit dem Zylitz dazu, Tropical Zylitz. Ja, da wird ja wunderschöne Produkte mit fertig machen, wenn es in den Urlaub geht. Nach Hawaii, wer weiß, dass ihr so tolle Sachen erlebt. Und zwar habe ich die Farben genommen. Blutorange, in dem Fall die Grundkarte. Ich habe hier zwar Amassist genommen, jetzt nehmen wir mal eine rote. Einmal Blutorange, dann Flüsterei ist natürlich der Aufleger. 10 mal 14,23 ungefähr und das sind 10 cm. 5 bis 6 mm kleiner als die Karte selber. Die Arbeit. Dann, da habe ich mir jetzt die Anna Maße aufgeschrieben. Ihr braucht einmal ein großes Teil. Das habe ich in dem Fall da ja was in Blutorange. Jetzt habe ich dafür Amassist genommen. 7,6 x 7,6 cm oder 3 x 3 Inch. Und dann 3 x 7,3 x 7,3 cm. In Inch wären es 3,16 x 3,16 Inch. Und ich habe ja auch schon vorbereitet. Dann habe ich dann auch in dunkelgrün und ausgestanzt. So, dass wir da diesmal etwas schneller loslegen können, was ich vorbereitet habe. Ich habe zweimal die Folie. In dem Fall 6,5 x 6,5 cm. Und hier ist 3,16 x 3,16 Inch. Das sind die Sachen, die ihr da braucht. Und natürlich auch noch Blüten. Und hier hinten habe ich auch noch Blätter. Und den Innenteil, der da nachher drauf kommt, den werden wir jetzt zusammen gut stempeln. Und zwar habe ich dazu einen Apfel genommen. Ich kann das auch nochmal aufschlagen. Du bist großartig. Das steht in dem Fall da drin. Und habe da seitlich was du gestempelt. Jetzt gucken wir mal. Ich nehme einfach mal den Zettel noch als Unterlage. Aber auch ein bisschen anders machen, als ich es auf der Karte habe. Es ist relativ dunkel, wenn man das sieht. Aber es wird nachher heller. Erstaunlicherweise. Glaubt mir, es ist so. Dann noch den anderen. Dann kommt natürlich auch noch unser kleiner Spruch dazu. Du bist einzigartig. Und jetzt überlegen. Ich habe gesagt, es war rot. Man könnte am Sist nehmen. Aber ich würde trotzdem gerne bei rot bleiben. Jetzt müssen wir mal schauen, ob es richtig ist. Und die auch nochmal gerade hin. Du bist einzigartig. Du kannst auch noch Blumen hin stempeln. Ich habe es in dem Fall nicht gemacht. So. Dann mal alles zumachen. Sonst wird es bunt. Jetzt brauchen wir die Folie vorbereitet. Zweimal. Und an der Seite. Papierschneider. Und Falzgerät. Der denkt gewiss dran, das ist der Schneider. Dritte nach unten. Und unser Falzteil. Noch mal eine Folie. Am besten. Wir fangen mit den Schrägen an. Direkt die Ecken. In der Rille rein. Wo ihr ja falzt. Noch ein paar Mal hin und her. Ein bisschen drehen. Das ist ganz schön. Das fällt jetzt erstmal nicht so auf. Das ist trotzdem leichter zu halten. Halten. So und dann nehmt ihr euch die Folie. Ecken aufeinander. Und drückt das runter. So. Und dann nehmt ihr euch die Folie. So einmal, jetzt in die entgegengesetzten Richtung. Und jetzt habe ich es so gefallt, jetzt muss ich das Ganze umdrehen und mache dann den Innenteil, das heißt bei 6,5, da ist ja auch schon meine Ecke, das ist ja 3,2 in etwa, aber da habt ihr eure Spitze, die legt ihr am besten rein, auf den Pfalz und das andere genauso andersrum. Entscheidend dabei ist, wenn ich das so in der Spitze drehe, muss ich das andere genau umgekehrt machen, das heißt also in die Richtung. So einmal, zweimal, zweimal. Und jetzt, da wird dieses dann nachher angekippt, an den geraden Stücken, die anderen, legen diese Kinder ein. Da ist mein Teil. Und dann habe ich das genau da drin. Guck mal bei dem. Auch da ist es so, also ihr könnt die beide gleich machen. Mal gucken, wo die andere ist. So, wieder schön die Spitzen rein, Seite. So, dann wird es an eurer Stelle auch erst verhalten. Falten und auffalten, in die Falte reinigen. Also ich merke, ich habe gefalzt, es ist dann leichter. So, jetzt haben wir den. Jetzt müssen wir das Ganze umdrehen. Das legst du so nach innen rein und das legt ihr euch nach oben. Und ihr könnt es auch gerne hier rüberlegen. Denkt dran, dass hier die Spitze ist. Da kommt es auch ungefähr gerade hin. Dass es wenigstens gerade ist. So, einmal. Das ist eigentlich das Wichtige bei dem Ganzen, dass es richtig gefalzt ist und es ist leichter. So, jetzt habe ich ja mein Teil. So, in der Spitze also muss ich jetzt genau wieder andersrum. Natürlich, mit Folie kann man das wahrscheinlich nicht so leicht sehen. Aber ich denke, ihr versteht schon, was ich meine. Okay. Jetzt haben wir die beiden Teile fertig. So, gucken wir uns das Modell hier an. Das ist leichter. Gleich daneben. Denn jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Die Frage, machen wir das genauso von der Farbe her oder andersrum? Also ich denke, wir nehmen das Hellgrüne auch nach oben. Jetzt habe ich das Teil. Dann gucken wir uns das genauer machen. Und dann könnt ihr es auch mal umdrehen. Je nachdem. Wie ihr das wollt. Legt euch das ein. Damit ihr wisst, wo ihr seid. Und zwar bei dem jetzt. Auf dem unteren. Mit ihr euch euer Abreißklebeband. Und wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen stückeln müssen. Damit ihr überall Klebe habt. Dann noch mal ein bisschen reinlegen. Okay. Dahin kann ich das machen. Könnt ihr einfach ein bisschen. Wenn es nicht geht. Dann müsste. So. Dann noch ein bisschen in die Ecke rein. Damit ihr schon klebt. Dann könnt ihr nochmal so ein Streifen dazu machen. Dann könnt ihr nochmal so ein Streifen dazu machen. So. Und klebt euch da jetzt die Folie drauf. Müsst ihr nur gucken, dass ihr gleich an der richtigen Kante seid. So. Dass es nachher zusammen passt. So. 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 Okay. Die Frage. Möchte ich es mal so haben. Oder entgegengesetzt. Wenn ihr das aufklappt. Es klappt sich dann so ab. So. 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 Da in den Ecken rein. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So ein Modell ist dann doch leichter zu haben. Nachpaste. Okay. 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 So ist mein Modell. Aber ich muss von innen rein. Okay. Das ist hier vorne. Und da kommt jetzt mein weißes Bein. So. So. So hinlegen. Okay. Okay. So. 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 So haben wir es schon. So. 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 so ein Stück rum. Jetzt gucken wir mal wie viele Zentimeter wir haben. Es steht gar nichts drauf. Dann noch ein Geodreieck so ca. 17 bis 18 cm. Dafür habe ich auch schon genommen. Dann noch ein Geodreieck. Dann noch ein Geodreieck. Dann noch ein Geodreieck. Dann noch ein Geodreieck. Und das kleben wir uns jetzt drunter. Ein bisschen Luft, wenn es nicht ganz so fest ist. Dann noch ein Geodreieck. Dann noch ein Geodreieck. damit das auch sicher hält. Na, heute bin ich irgendwie nicht so fit damit, Karte, auch da brauchen wir noch Kleber, wenn ich den Abroller benutze, geht es wahrscheinlich schneller, da ist meiner gerade leer und der andere ist gerade unterwegs. Und da kommt ja nachher unser Magnet noch hin. Jetzt müssen wir das andere aufklicken. So, da. So, da. Wenn ihr die abmacht, könnt ihr es noch überlegen, dann passiert nichts. Dann einschlagen. Dann liegt durch, das ist schon. Okay. Okay. Ich habe jetzt zwei Millimeter. Ich habe es in dem Fall auf das Band zuerst geklebt. So, schnitt euch das da drunter. Okay. Jetzt machen wir noch ein bisschen Deko drauf. Aber, da drunter hatte ich ja noch einen Gruß. Jetzt überlegen, ob wir das. Da habe ich das in Rot. Da könnte man auch ein Lila machen. In den Anassisten in dem Fall. Ja. Schon ansprechender. Ja. 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 Und jetzt brauchen wir ein bisschen Mies. Und wieder drauf kleben. Ja. Ja. Und oben drauf. Ach, hier gibt es schon Blätter. Und. Ja. 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 Jungs. Ja. 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 Und ein Archer. Ja. Ja. Okay. So, ist schon fertig. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt damit was anfangen und da kann man natürlich auch ganz verschiedene Stempels jetzt nehmen. Und da habe ich noch einen, ah genau, auf der Unterseite habe ich noch mal so ein bisschen rein und das ist einfach ein bisschen anders aus. Okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe es hat euch gefallen und kommt euch wieder besuchen. Und schaut auch noch gerne bei meinen Kollegen auf den Blogs, was sie für Ideen, für Techniken haben für euch, dass ihr wunderschöne Karten fertig könnt. Und ihr wart ja bei Simone Stappel, bye, bye.